Wir haben einen Plan. Wir werden den Konvoi von ein paar Flusshändlern erobern und ihr Schleppschiff benutzen, um die Brücke zu infiltrieren. Da der Konvoi aber noch nicht eingetroffen ist, hat der Oberst mir die Freigabe erteilt, den Passagierwagon zu holen, von dem Katja sprach. Dafür muss ich zunächst zum Terminal, um Crests Motor-Dreisine von dort zu besorgen. Eine gute Gelegenheit, die Umgebung zu erkunden. Aber genau das ist es ja einfach in der Sache, wenn man sich nichts von dem Spiel vorstellt und keine Erwartungen hat und alles, einfach unvorbereitet reinzugehen und dann einfach mal zu gucken, wie ist das überhaupt? Was machen wir? Was müssen wir überhaupt machen? Ja, schauen wir einfach mal mit unserem Helden-Atium. Also jetzt dauert es natürlich wieder eine Weile mit dem Laden. Ihr kennt das wahrscheinlich aus der letzten Aufnahme aus Folge 5, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Jetzt sind wir mittlerweile in Folge 9. Also wir haben noch ein bisschen was vor, auf jeden Fall. Wir waren, glaube ich, zuletzt in diesem Banditenlager. Da wollte ich mich nämlich mal umgucken. Ja, schauen wir mal, ne? Wie der Leider läuft hier. Ja, wir gucken noch mal, wie gesagt. Was läuft? Wie es läuft? Wie gesagt, das kann jetzt alles eine Weile dauern mit dem Ladenbildschirm. Sorry dafür. Wie gesagt, das kann jetzt alles ein bisschen machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, geht los. Sorry. So, auf geht's. Und damit weiter geht's mit unserer kleinen Story. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ah, genau. Okay. Da genau, hier waren wir zuletzt mit dem Boot. Boah, Alter. So, da gucken wir uns das Ganze mal zu Fuß an. Aber ich zumindest, dass ich da zu Fuß rauskomme, ja. Scheinbar können wir hier zu Fuß weitergehen. Lass mir mal mal... Moment. So einfach ist das gar nicht hier. Äh. Ich frage jetzt, komme ich hier einfach weiter, oder was? Sehe ich das so... Ist überhaupt... Doch, ich hab... Wir sind hier richtig hoffentlich, ne? Hm. Doch, ich hab mal... Können wir... Ach, wir kommen hier gar nicht hoch. Okay. Doch, ist richtig. Okay. Hier müssen wir lang. So vermute ich zumindest. Ich hab's die Chemikalien und was auch immer da ist, das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Weißt du, wofür ich das Ganze gebrauchen kann? Ich bleib auch ein bisschen vorsichtig gerade hier, weil ich, ehrlich gesagt, keine Lust habe, von welchen wie Viechern angegriffen zu werden. Okay. Weil ich hab gerade mitbekommen... Oder was heißt das? Gerade in der letzten... Ja. In der letzten Folge mitbekommen, dass wir hier... Äh. Okay. Okay. Jetzt geht's nicht weiter. Wow. Das war nicht Mutanten. Ja. Weißt du mal. Na, na, na. Das war gut jetzt, ihr Arsch. So. Der ist tot. Gut. Da durchtrainiert. Und dann... Das war gut. So. So. jetzt auch mal ein schluss mit lustig ja so erst mal ist jetzt gut gute nacht kollege was geht heute ab jetzt hat die scheiße dass die tür wieder zu ist dann müssen wir hier mal gucken wie weiter kommen ich weiß gar nicht mal ob ich richtig bin aber eigentlich dann heben ach das ist das ist der eisenberg kommt hallo gut mitnehmen so fuck you ist mal jetzt irgendwann kam ja jetzt hier spaß sie so das Problem ist einfach der ist jetzt wieder hier runter geschossen das war natürlich nicht der Plan an der Sache okay äh wir sind nicht alleine das ist mal so das ist mal so die neueste Kenntnis so eigentlich war der andere Plan Moment genau so mit dem Kollegen nehmen wir mal auch mal so ein Zeug wird weil das brauche ja nicht okay wir haben Munition wir haben zwei Waffen das ist immer gut Arsch okay warum wenn eigentlich immer wir auf solche Expeditionen geschickt dass wir so Dinger äh entweder sagt er hat sich jemand gewaltig Hunger oder das Ding wird gerade hier ziemlich instabil äh ja ach das war mir irgendwie sowas von klar ja okay ich glaube das war ein Teil von Teil gedruckt hat das heißt jetzt ist das jetzt gut oder ist das eher wo wird sie das nicht so mitnehmen Chemikalie mitnehmen zack 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 dieses Viech macht mir ein bisschen Angst gerade naja Hauptsache wir haben jetzt mal keine Mutanten das ist erstmal das Wichtigste so dann geht's nochmal hier hoch zack 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 wir nehmen alles mit so der ist tot mehr oder weniger scheiße ah man oh oh wir haben glaube ich gerade ziemlich gut besucht wir haben uns los So, der ist tot. Also, wir haben ja auf beiden Waffen keine Munition mehr. Na gut. Aber wir haben... Oh, oh. Seht das da unten, ist nämlich noch mehr. Hier ist noch... Oh mein Gott. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Also, haben wir zumindest gerade mal... Scheiße. Oh, da draußen ist was Großes. Fuck it, Alter. Alter, warum immer ich? Alter. 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 So, einer weniger. So, Kollege. Oh. Ja. Ist ja... Alter. Ich bin froh, wenn ich aus diesem Scheiß-Laden raus bin. Lass mich raten, wir gehen jetzt wieder runter. So. Na gut, okay. Okay. So. Wo müssen wir jetzt... Die Frage ist... So gut war das nicht. Die Idee. Die Idee. So. Jetzt haben wir zumindest wieder ein bisschen Munition auf der Backe. Das blöde Gefühl ist das Mist. Die Frage ist... So. Die Frage ist, kommen wir hier weiter? So. Dynamit. Ich fühle mich, dass wir das hier müssen. Äh, warte mal. Hier aber noch irgendwas kannst du zum Aufmachen, oder nicht? Oder habe ich das jetzt gerade komplett falsch gesehen? Was ist denn doch... Ich hab ja gerade irgendwas gesehen in die Richtung. So. Ein Messer. Gut. Warte mal. Hier war doch irgendwas. Ah, hier unten. Das ist mal in die Runde. Okay. So. Äh... Okay. Die Frage ist, hier müssen wir weiter wahrscheinlich, ne? Boah, die ist... So, die Frage ist, müssen wir hier runter? Dann scheinen wir Schoten. Ich gehst immer mal auf den Piss, Alter. So, da hoch. Scheinbar. Und ihr habt schon gesehen, was uns da oben erwartet. Und das sehen wir dann im nächsten Part bei Let's Play Metro Exoros.